Hallo liebe Arcada Club Mitglieder, wir müssen ein paar Grundlagen besprechen und deswegen habe ich die Rubrik auch tatsächlich Grundlagen genannt, weil ich glaube es ist nicht die einzige Grundlage, die ich euch vermitteln muss. Es gibt so ein paar Kniffe, ein paar Tricks, die bezeichne ich als Grundlagen und die sollen in dieser Serie behandelt werden. Schaut mal hier, ich bin in der Fotos App und habe hier ein Foto und viele machen jetzt den Fehler und leider ist das auch so antrainiert, weil alles bei Apple mit Drag & Drop so toll funktioniert, dass man dieses Foto hier jetzt aus der Fotos App nimmt und hier unten beispielsweise in Affinity Photo schiebt, einfach aufs Dock geschoben und dann öffnet sich das. Was man jetzt aber bedenken muss, ist, dass diese Auflösung des Bildes eine sehr, sehr schlechte ist, denn das Originalbild wurde hier nicht importiert, sondern diese Voransicht. Schaut mal hier oben, steht nämlich die Auflösung von 1024x768 Pixel. Wer also mit diesem Bild arbeitet und es beispielsweise auf dem Drucker oder in der Druckerei sogar ausdruckt, wird eine böse Überraschung erleben, denn die Auflösung ist sehr, sehr schlecht. Wenn wir hier mal reingehen, hier ist alles sehr verpixelt, weil das Bild eben in dieser niedrigen Auflösung und nicht in der Originalauflösung vorliegt. Der richtige Weg, um das hinzubekommen, ist folgender. Ihr müsst in die Fotos App gehen und dort auf Ablage klicken und dann wählt ihr hier Exportieren an. Aber Achtung, ihr geht jetzt auf unbearbeitetes Original für ein Foto exportieren, wenn ihr wirklich ein unbearbeitetes Originalbild haben wollt. Denn das Originalbild liegt immer vor, alle Effekte, die ihr bei der Bildbearbeitung in der Fotos App von Apple dazu gerechnet habt, die werden immer im Nachhinein drauf gerechnet. Das heißt also, wenn ihr das unbearbeitete Original exportiert, dann ist es wirklich das mit dem iPhone aufgenommene Bild oder der Kamera, mit der ihr das gemacht habt. Wenn ihr sagt, ein Foto exportieren, dann wird es zwar auch in einer guten Auflösung exportiert, aber dann sind alle darauf gerechneten Filter, die ihr über Bearbeiten da vielleicht hinzugefügt habt, mit reingerechnet. Das kann auch gewollt sein, wenn man das Bild halt verbessern möchte. Dann will man ja auch das verbesserte Bild vielleicht exportieren. Also da muss man unterscheiden. Wir gehen auf unbearbeitetes Original exportieren. Hier gibt es noch so ein paar andere Daten, die lassen wir jetzt alle mal so, wie sie sind. Wir klicken einfach auf Exportieren und dann wird dieses Bild auf die Festplatte an den Ordner geschoben, wo ihr es hinhaben wollt. Ich lege es mal auf dem Schreibtisch ab und sage Originale exportieren. So und jetzt schauen wir uns den Schreibtisch mal an. Hier liegt nämlich jetzt unter Bilder dieses Originalbild. Und ihr seht, das ist auch in diesem HIEC Format, also diesem High Efficiency Format von Apple abgelegt. Und das kann eben Affinity Photo öffnen. Das machen wir jetzt mal und schaut mal, das Bild sieht kaum anders aus, aber es hat eine Auflösung von 4032 mal 3024 Pixel. Also wesentlich höher aufgelöst, was man total merkt, wenn man hier ranzoomt. Schaut mal, wie klar das jetzt ist im Vergleich zu der Auflösung, wenn wir hier reinzoomen. Hier ist alles ganz pixellig. Also da muss man höllisch aufpassen. Und dann kann es natürlich noch sein, dass man dieses HIEC Format nicht importieren kann in irgendeiner App. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, in der Fotos App, wir gehen da nochmal hin. Auf Ablage, Exportieren und dann ein Foto exportieren anklickt. Und jetzt kommt ein Dialog, in dem man sehr viele Dinge einstellen kann. Nämlich unter anderem, welches Bildformat man exportieren will. Und schaut euch mal die Erklärung der Bildformate an. JPEG ist ja beispielsweise ein Bildformat, was immer komprimiert. Wenn ihr das also unkomprimiert herauslassen wollt, dann kommt eher TIFF und PNG in Frage, was man hier eben anwählen kann. Man kann auch noch die Qualität angeben. Aber selbst wenn man hier auf Maximum beim JPEG geht, wird es trotzdem komprimiert. Und hier gibt es nochmal die Farbmodelle. Lasst es mal lieber, wie es ist. Und die Größe ist halt die Originalgröße. Man kann hier auch eine eigene Größe einstellen. Dann könnt ihr die Breite definieren. Also da seht ihr, hier sind diese 1024 Pixel, nämlich von denen wir eben die Voransicht bekommen haben. Also auch hier würde ich einfach mal sagen, Originalgröße verwenden. So und dann kann man das Ganze eben exportieren. Und wenn ihr es verlustfrei haben wollt, nehmt ihr einfach TIFF. Dann könnt ihr noch überlegen, wie der Farbraum sein soll. 8 Bit und 16 Bit. Lasst es zur Not, wie es ist. Es sieht dann immer noch gut aus. Wir machen das mal. Ich exportiere das einfach hier auf den Schreibtisch. Und wir schauen uns jetzt mal auf dem Schreibtisch an, wo das gelandet ist. Das TIFF müsste jetzt hier gleich auftauchen. Da ist es schon. Hier ist es gelandet. Und das schiebe ich jetzt auch mal in Affinity Photo. Und ihr seht, das hat hier oben die gleiche Auflösung. Also da solltet ihr aufpassen, wenn ihr Bilder aus der Fotos App einfach bearbeiten wollt. Bisschen tückisch. Und man kriegt keinen Hinweis, dass das Schlimme ist. Das passiert dann einfach.